Wenn du immer denkst, die Alexandra ist eigentlich authentisch und ich vertraue ihr auch, aber du den Mut nicht hast, wollte ich heute einfach sagen. Das, was ich tue, ist das wegnehmen, was dich beschwert, damit du erkennst, wie schön, großartig du bist und wie wunderbar dein Leben sein kann. Ja, und dazu brauchst du deinen Willen und dein Erlauben und dann geschieht es einfach. Nach und nach, Schritt für Schritt, Schicht um Schicht, weil du bist komplett bekommen, du bist vollkommen, wenn du kommst. Ja, dann sind Schichten und Denkweisen und Überstülpungen und Meinungen draufgekommen, wer du zu sein hast, wie du dich zu verhalten hast. Und all das hat dich eben von diesem Glauben abgebracht oder dir ein Glauben beigebracht, das zu leben, was du alles nicht bist. Und dieses, was du nicht bist, das erschwert dich. Das macht dich schwer, das macht dich eng, das nimmt dir deinen Atem. Ja, und das darf wunderbar abgetragen werden. Das darf runterfallen, das darf sich verändern, das darf verwandelt werden, das darf gehen. Wir rennen immer irgendwas hinterher und wollen so viel erreichen und fühlen Mangel, aber das, was wir haben, ist eigentlich, dass wir zugekettet sind mit Kettenbeleg, dass wir erschwert sind, dass wir lauter Konstrukte haben und Programme, die anstrengend sind, die es uns erschweren, im Leben Leichtigkeit zu spüren und Freude. Und da gehören wir alle dazu, alle gleichermaßen. Ja, und dann sind da auch noch deine wahren Gaben in dir. Und diese wahren Gaben, die sind vor allem von dir zu heben. Und die kannst du erst sehen und heben, wenn du halt durch diese dunklen Schichten, diese Schwere weggetragen hast und durch dein Seelenwasser in die Tiefe tauchst und die da hochholst. Ja, ich arbeite oft auch an den Wurzeln, an deiner Erde. Wie fruchtbar ist denn die Erde? Hast du Wurzeln? Bist du versorgt? Bist du genährt? Fühlst du dich gesättigt? Diese Planete, ja, diese Mutter Erde ist, ja, der Planet, auf dem du lebst. Viele haben auch Angst und driften weg und trauen sich gar nicht hier richtig, die Wurzeln reinzumachen und flüchten aus ihrem Land oder lenken sich ab. Und das ist alles so, weil es so ist. Und das brauchen wir alles nicht verurteilen, denn wir haben das alle erlebt. Und wir sind alle auf dem Weg. Und ich darf Räume halten, die ermöglichen, dass diese Schichten abgetragen werden, die nicht dienen, die einengen und erschweren. Und diese Beschränkungen, die könnten wir selbst lösen, weil wir sie auch irgendwo selbst uns auferlegt haben, ne? Auch wenn unbewusst und unwissend. Wenn es wieder ins Bewusstsein kommt und wir mit Licht da reingehen, dann, mit unserem Bewusstsein, kannst du das in dir heilen. Mit deiner Liebe. Denn die Selbstliebe ist es, die uns, die dich heilt. Das ist die Selbstheilungskraft, Bewusstsein und Liebe, die wir aktivieren. Und dieser Raum ist safe, der ist sicher. Ein sicherer Raum. Safe Space. Geborgenheitsraum. Dann kannst du das vollbringen, weil die Ruhe da ist, die Möglichkeit da ist und mein Bewusstsein mitbeleuchtet und meine Liebe mitheilt. Und ich eben gewisse Dinge geübt habe und auch Räume aufbauen kann und halten, die dies ermöglichen. In diesem Sinne, vielleicht bist du jetzt ja mutig und kommst mal zu einem Zoom. Es gibt auch Gruppen Zooms zum Einstieg an Neumond. Es gibt eine Einzelsession. Es gibt Guidings, ein großes Paket, ein Drei-Monats-Paket. Da nehme ich zwei Leute nur, weil ich sehr gerne authentisch, tief arbeite und es nachhaltig, richtig nachhaltig wirkt, weil du das vollbringst und integrierst und die Prozesse für dich auch einfach gewinnbringend sein sollen. Und alles ist Energie. Energie, dein Energiefeld, du spürst es sofort, wenn du mit mir arbeitest, dass sich das verwandelt. Sofort, wenn es sich verwandelt. Ansonsten würdest du auch nicht kommen, wenn du nicht bereit dafür wärst, die Dinge zu verwandeln, deine Gedanken, deine Programme, deine Konstrukte zu löschen und für dich eine Welt zu erbauen, die dir gefällt, in der es dir gut gehen darf. Und das ist Selbstwert, Selbstliebe. Das sind diese Prozesse, die wir auch alle durchgehen. Und ich heile immer auch mit. Also wir sind alle noch nicht fertig, sonst wären wir alle nicht hier. Ja, deshalb sind wir mal in der Essenz dann doch irgendwo gleich, auch wenn wir total unterschiedliche Lebenkonstrukte, Erfahrung haben. Vielleicht andere Webmuster in diesem Teppich, den wir gewebt haben. Ja, und da gilt es halt, eventuell das eine oder andere aufzulösen und ein Muster zu weben, das wirklich dir entspricht. Und wenn dir das nicht mehr gefällt oder entspricht, dann webst du ein anderes, also Schöpferbewusstsein zu entwickeln. Das ist jetzt dran, aus Opferthemen rauszugehen, die Vergangenheit loszulassen. Damit wir hier auf Erden gemeinsam Gesundes erleben dürfen jetzt. Das fängt immer in unserem Inneren an. Und dann können wir Beziehungen auch wieder gesund aufbauen, unser Leben gesund ausrichten. Im Berufsleben gesunde Strategie will ich schon gar nicht sagen. Eine gesunde Art zu haben, wirklich zusammen zu wirken, um gute Geschöpfe auf die Welt zu bringen. Das sollte Arbeit sein. Wirken. Zu wirken. Und ihr spürt, diese alten Gerüste, Schuhe und so weiter passen nicht mehr. Diese alte Gesellschaft passt nicht mehr. Das ist auch der Punkt, an dem man zu mir kommen kann, weil man weiß, ich bin jetzt bereit, die Dinge zu verändern, hinzuschauen, zu fühlen, was dann noch nicht gefühlt wurde und es zu befreien. Und immer mehr in einen neutraleren geistigen Raum zu kommen, das man nicht mehr bewerten muss oder verurteilen, sich selbst nicht und andere nicht. Und dann können sich Dinge in diese neuen Räume hineinbewegen, weil sie Raum haben und Platz und du frei bist, sie zu empfangen. Und der weibliche Aspekt ist einladen, empfangen und annehmen. Und das ist auch die Liebe, dein liebevolles Herz. Darin wohnt die Schöpferkraft und die Heilung. Und dein Bewusstsein ist die Zirbeldrüse vor allem auch. Also Entgiftung auf allen Ebenen. Auch der Körper will mit. Und das passiert auch vielen Workshops bei mir, wenn wir uns direkt sehen, ne. Diese Körpertraumen lösen sich einfach auf. Die sind ja auch im Körper abgespeichert, alle Themen. Auch sehr vergangene Themen. Ja. Und die Ahnen. Die Ahnen, die Ahnenprägungen. Da darfst du dich neu entscheiden. Es ist immer eine Entscheidung und es beginnt alles mit einer Entscheidung für dich, für die Liebe zu dir, für dein Leben. Macht keiner. Es macht kein anderer, ne. Und ich bin ein Guide. Ich unterstütze dich. Du darfst selbst an dir wachsen. Und ich gebe dir das an die Hand oder biete dir den Raum, die Möglichkeiten. Ich zeige dir auf, wie du es tun kannst. Und du wirst es sofort überprüfen können, weil es immer um Stimmigkeit geht, dass deine Seele entscheidet. Dein Wille ist es, ja. Sonst nichts. Und die ganzen manipulativen Geschichten, die dürfen wir durchschauen und verabschieden. Diese Gesellschaft ist so aufgebaut, zu manipulieren. Und unser Ego fällt immer drauf ein. Dein Ego fällt immer drauf rein, ne. Dein Selbst, deine höhere Version, darf zunehmend die Macht des Zepters übernehmen. Und dann wird dein Ego gesund und heilen. In diesem Sinne, vielleicht bis bald. Die Drachenfrauen sind Ende Mai. Zwölf Frauen im Zoom-Raum. Ich würde mich total auf euch freuen, das mit euch zu bewirken, diese unterdrückten Anteile der wilden Frau wieder ins Leben zu bringen. Ganz zu werden und gesund, zu sich zu stehen. Das brauchst du jetzt. Bis dann. Alexandra von Shampoos für die Seele. www.shampoosfuerdeseele.com Tschüss. Tschüss. Schönen.